Herzlich willkommen liebe Zuschauer. Hier ist der Frank Schuh von Eldritch River Live mit einem Leckerschen, einer Sonderanalyse zu Tesla. Es fragt sich gerade jeder, wo läuft Tesla hin? Ich mache es auf den Bildschirm drauf und muss dazu etwas vorausschicken. Mit meinem Programm kann ich nicht jeden beliebigen Wert laden. Das heißt, ich bekomme nicht für jedes Instrument Kurse. Nun musste ich hier an mein Programm den Google Financial Service anbinden und das sind nur Tagesendkurse. Und ich kann die Charts auch nur in Wochen und auf Tagesbasis bei mir anzeigen. Das muss man wissen. Das zweite ist, ich zeige jetzt, das ist der Chart, den Sie gerade sehen. Sie sehen ihn im Tageschart. Den muss ich jetzt hier linear anzeigen und nicht logarithmisch, weil die Tools der Software, die Fibonacci Tools mit dem logarithmischen Chart nicht zusammenarbeiten. Also, aber das ist auch richtig so. Das soll auch linear sein, nur für die Leute, die sich über solche Sachen Gedanken machen. Wir sehen hier den Chart und ich entwickle den jetzt mit Ihnen einfach. Und zwar, wir machen das ganz, ganz simpel. Also, wir haben hier 2019 das Tief irgendwo bei 12 gehabt und dort setze ich jetzt an. Hier unten auf dem kleinen Tief. Und hier oben habe ich meine Welle 1. Ich setze jetzt mal provisorisch hier eine 2 hin. Jetzt geht mein Tool hin und mache schon eine 3, 4, 5, die uns aber jetzt im Moment noch nicht weiter interessieren. Das hier ist, wie wohlgemerkt, der Tagesschart. So, hier haben wir jetzt innerhalb dieser Bewegung, dieser 1, da haben wir eine 5er Struktur. Wobei, ich setze die 3 hier hin und die 4 setze ich hier hin mit 43,5% Perfekte Mente. Und die 78,1, hier die 2, super, 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 super. So, das ist jetzt erstmal das. Man kann das jetzt weiter unterteilen. Keine Frage, aber das ist mir jetzt im Moment, reicht mir das. Es geht jetzt hier um die Welle 2. Die hat, wenn wir sie aktuell uns schauen, sind wir genau bei 75,8%. Das heißt, wir sind hier ganz nah an einem wichtigen Retracement. Ich zeichne Retracement auch mal ein. Und zwar hier die 2 von der 1. Dann haben wir hier die 78,6. Und da würde ich den bevorzugt sehen, ein bisschen weiter nach rechts. Das hier oben hat sich ja schnell liegt, das kann ich wegmachen. Bis 88,7. So, der darf bis 88,7 laufen. Der darf auch bis 100 laufen, aber dann ist die Firma pleite. Das wird nicht passieren. Es sei denn die Gen pleite, aber das sieht ja keiner von uns so. Deswegen bietet die 88,7 einen super Stopp. Denn anschließend geht es ja wieder massiv nach oben. Ich setze den Stopp leicht unter die 88,7. Hier, jetzt könnte zwei Möglichkeiten. Jetzt schon einsteigen zum Marktpreis und sagen, okay, bei einem etwas längerfristigen Investment ist mir das egal, ob der jetzt noch mal 10 Punkte oder Dollar runter macht oder was. Das heißt, ich setze jetzt hier einfach den Einstieg in diesen Bereich hier. Ja, und wo Sie den jetzt genau mitnehmen, müssen Sie selber wissen. Es ist ja auch zu beachten, ich sehe jetzt hier nicht gerade, nicht wie der Kurs sich gerade aktuell weiterentwickelt, weil das sind bei Google leider nur Tagesendkurse. Deswegen, da Tesla gerade einen Abflug nach oben macht im Moment, während ich das aufnehme, müssen Sie jetzt schauen, ob Sie noch abwarten auf einen Rücklauf oder ob Sie da jetzt schon einsteigen. Denn ich kann diesen Chart jetzt leider nicht auf kleinerer Zeitebene zeigen. Das ist eine Einschränkung meiner technischen Möglichkeiten. Aber so sehen Sie jetzt zumindest mal, wie es weitergeht. Und hier haben wir dann hier drinne dann eine ABC und wir spüren das jetzt noch mal weiter auf. Die A, die B und die C. Und dann können wir die noch mal aufgliedern. So sieht das Ganze dann schon mal aus. So sieht das Ganze dann schon mal aus. Das ist eine überschießende B hier. Das wäre es dann. So, soweit also zur Tesla-Aktie. Man kann sich jetzt darauf vorbereiten, dass es relativ kurzfristig zu einer Umkehr bei Tesla kommen wird. Hier oben die 3, die ist sehr weit weg eingezeichnet. Ich zeige Ihnen mal eben, wie viel Prozent die hier oben machen würde. 161,8. Dann wären wir bei 753. Das ist was für die nächsten Jahre. Spielt aber jetzt gerade auch keine Rolle. Wichtig ist ja, das Verhältnis zu betrachten. Und wie lange das jetzt noch dauert, wie lange sich die Achse jetzt hier unten noch im Bodenbereich auffällt, das können wir, kann ich auch nicht so genau sagen. Nur der Umkehrpunkt aus meiner bescheidenen Sicht heraus liegt genau hier zwischen. Zwischen dem grünen Einstieg und dem pinkfarbenen Stopp. Zwischen 97,98 und 57,31. Da ist die Supportzone. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Dann liken Sie das Video. Freundliche Kommentare sind willkommen. Ich freue mich auf Ihre Abonnements, aber besonders auf Ihre Kanalmitgliedschaften. Dann bekommen Sie Analysen zuhauf jeden Tag von mir ab Mitgliedschaftsstufe 2. Da sind Sie immer mit Trades versorgt. Ansonsten haben wir noch den Telegram-Kanal, den Discord-Channel. Alle Angaben finden Sie in der Videobeschreibung. Einfach aufmerksam lesen. Und beachten Sie den Disclaimer, den Risikohinweis. Denn das hier ist keine Anlageberatung. Und ich fordere Sie nicht zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten auf. Bitte beachten Sie das Risiko. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Alles Liebe, Ihr Frank Schuh von Elliot Waver Live. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.